Mark Beckhoff ist emeritrierter Professor der Biologie an der Universität von Colorado und Mitglied der Animal Behavior Society. Außerdem ist er Mitglied in etlichen Tier- und Artenschutzorganisationen. Im Jahr 2000 gründete er zusammen mit der bekannten Verhaltensforscherin Jane Goodell eine Organisation, die sich für einen ethischen Umgang mit Tieren einsetzt. Marks Forschungsschwerpunkte sind das Verhalten von Tieren, die kognitive Ethologie sowie die Verhaltensökologie. Neben vielen Schriften zum Thema Tierschutz hat er über 200 Themenpapiere und zahlreiche Bücher veröffentlicht. Im Interview mit Dr. Adam Miklogi entführt uns Mark Beckhoff in die faszinierende Gefühlswelt der Tiere. Untertitelung des ZDF, 2020